Das sind sechs Esslöffel helle Sojasauce für die Marinade. Ich mache einen Hühnchen-Möhrensalat asiatisch, weil ich dachte, du bist so eine weltoffene Person, dir darf ich so etwas Exotisches anbieten. Ich liebe asiatisch. Also, pass auf, zwei, vier Teelöffel Zucker und das ist wirklich, also ich finde es toll, ein bisschen aufwendig. Es ist, sagen wir mal, nicht gerade das Gericht, was man jede Woche zweimal so auf die Schnelle macht, aber macht ja nichts. Fünf Gewürze, Mischung, da ist drin, Anis, Fenchel, Anais, Fenchel, Peppers, Karinz, ist auch in Holländisch hier. Das kriegt man meistens inzwischen auch in der Asienabteilung vom Supermarkt. Wie viel? Ein halber Teelöffel. Gut, jetzt sind wir großzügig. So, was noch? Vier Esslöffel Weißweinessig. Also ich koche... Das Ganze ist jetzt die Marinade. Das ist die Marinade. Und in der habe ich 24 Stunden, also in dieser nicht, die mache ich jetzt neu. Aber ich habe gestern schon einmal das gemacht und habe es im Kühlschrank. Ich tausche das gleich aus. Ich muss so aufpassen, dass ich nicht... Das war der dritte. Vier, dritte. Jetzt ist der dritte noch einer. Jetzt kommt. Ich quatsche und quatsche und quatsche und mache da was falsch. Sternanis. Das gab es viele Jahre nur auf dem Weihnachtsmarkt. Aber jetzt gibt es das auch in den Asienleben. Überall. Sieht schön aus. Sieht toll aus. Kann man nachher auch zur Dekoration nehmen. So, und dann frischer Ingwer. Das gehört natürlich immer dazu. Klein geschnitten. Habe ich schon ein bisschen vorgeschnitten. So. Und Sesamöl. Helles. Es gibt ja auch das Dunkle. Das ist zu kräftig. Das ist kein 2-Tier. Und wie viel? 2 Teelöffel. Das ist aber komisch. Das ist eigentlich wenig. Naja. Ich halte mich aber da. Ich halte mich da. So. So. Ja, es ist jetzt diese Marinade. Und da kommen jetzt diese Hühnchenbrustfilet rein. Und zwar, wenn du mir jetzt hilfst, Liebke. Das mach ich glatt. Das machst du glatt. Wenn du mir das aufhältst. Hau mal hier die Schuppe zu machen, damit das Öl da nicht reintroppt. Genau. Dann kann ich das... Ja, der Ingwer ist auch drin. Habe ich ja Ingwer. So. Und das andere auch. Das andere auch. Und da kommen jetzt... Und da muss man das gar nicht rühren, sondern einfach nur so. Also... Das macht es von selber. Ja, das verrührt sich jetzt hier. So. Ja, du kannst das sicher besser zumachen. Jetzt kommen diese Dinger da in der Hand. Ja, die müssen jetzt ganz genau... Ja, siehst du, theoretisch. Ja, theoretisch. Weißt du was? Das soll dazu sein. Aber du kannst es einfach... Ja, so. Wichtig ist, dass das eben jetzt... Das meintest du mit dem... Ja, aber das geht ja auch nicht. Pass auf. Ich habe so kleine, ovale Schälchen hier. Wenn du mir so eins gibst, genau. Dann kann da sogar was raustropfen. Finden wir auch einen Lappen? Ja, ich... Du, nimm doch so... So eine Küche. Ja, eine Küche. Ich habe zwar auch solche... Ab hier und so. So. Ich wasche mir schnell die Hände. Weißt du, erinnerst du dich, dass du mal für mich gekocht hast? Ja, häufiger. Aber einmal besonders in Washington. Das stimmt. Und zwar für Jörn und mich... Ich glaube, Hummer oder irgend sowas. Das war ja auch so toll. Die gab es ja so günstig, ne? Ja, da brauchst du so Safeway zu gehen. Die kostet die 7 Dollar. Genau. Das war ein Riesentrums. Du hast ja... Wo warst du überall als Korrespondentin? In Washington? Ich war erst in Jerusalem. Jerusalem. Und dann war ich in Washington. Und beides 5 Jahre. Und dann war ich noch 10 Jahre in Frankreich. Auch als Korrespondentin? Nein, da habe ich in Deutschland... Aber frei. Frei. Das muss eine tolle Zeit sein. 10 Jahre in Frankreich. Wo in Frankreich? Im Elsass. Ausgerechnet. Verrätst du mir, wo es in deiner Küche ein Müll gibt? Das Loch. Das berühmte Bio-Loch. So. Also, jetzt kommt hier diese Marinade rein. Gibst du mir wieder so ein ovales? Das ist wunderbar. Danke. So. Und das, was mache ich damit? Das nehme ich dir jetzt erst mal weg. Und da kommt jetzt ein halber Liter Hühnerbrühe rein. Die ich natürlich aus so einem Würfel gemacht habe. Also, die habe ich mir nicht gemacht, die selbst zu machen. Bei Risotto mache ich die natürlich selbst. So. Und das darin... Jetzt brauche ich wieder die Hühnchen. Die kommen jetzt da rein. Danke dir. Die werden gekocht daran? Die werden jetzt 12 Minuten gekocht. Erlaubst du, dass ich das wegschmeiße? Ich bitte darum. Danke. Sag mal, damals, als ich dich besucht habe, da in Washington, da haben wir eine Produktion gehabt, da hast du mir erzählt, dass es wunderbare Sachen gibt. Zum Beispiel diese Langusten, beziehungsweise... Aber dass es sehr vieles auch nicht gibt. Es gibt ganz viel. Also in Washington nur allemal. Ich bin tatsächlich immer, weil ich eine Tochter hatte, die auf der Schule in New York war, bin ich mal mit dem Shuttle nach New York geflogen, mit einem leeren Koffer. Und dann bin ich in die großen jüdischen Delikatessen-Geschäft. Und dann haben wir unter anderem Schwarzbrot gekauft. Schwarzbrot. Ganz richtig. Und Sauerkraut vielleicht. Und lauter so eine schöne Sachen. Und die habe ich dann in Washington eingefroren. Ja, ja. Das Einfrieren ist sowieso eine tolle Sache. Ist das nicht toll? Was haben denn unsere Mütter gemacht? Ja. Ohne Tiefküchen-Truhe. Wiebke, was machst du? Du musst nur irgendeinen Stufenküken machen. Stufenküken machen. Stufenküken mit Pernod und Knoblauch. Also ich hoffe, du musst heute Abend nicht irgendeine sehr innige... Nö. Du, wenn ja, das muss dann auch ausgehalten werden. Die sind herrlich. Leider gibt es die ja nicht überall und immer. Aber ich habe hier so ein wunderbares Geschäft in Köln, wo ich die kaufen kann. Es gibt sie wirklich nicht immer. Nein. Warte mal, ich brauche eine Schürze. Weißt du, warum die Stufenküken heißen? Weil sie früher wirklich in der Stube, am Ofen, wurden die aufgezogen. Aber die sind auch ein bisschen groß, sind eigentlich kleine Hähnchen. Die sind auch ein bisschen groß, sind eigentlich kleine Hähnchen, ne? Die sind ja kleine Hähnchen. Ja. Das ist so eine... Sie heißen Stufenküken. Stufenküken. Also die Hälfte wäre auch noch ganz gut. Guck mal, ich nehme was immer ich so an Fett finde da raus, weil wir leben ja irgendwie kalorienbewusst. Und jetzt kommt da rein Aniskörner. Ah, die hast du eben ein bisschen gemörsert. Aniskörner kommen da rein. Und Salz. Ich halte das. Du hast, glaube ich, immer gekocht, oder? Immer. Immer. Ja. Also ich kenne dich seit... Na. Darf ich sagen? Ja, ja. Das darfst du schon. Ja, 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 das darfst du schon. Das sind irgendwie 40 Jahre, wenn wir ganz ehrlich sind. Es gibt ein unglaublich schönes Foto von uns beiden im Tivoli. Da waren wir noch jung und schön. Ja, da haben wir eine Drehscheibe aus und du mit dem Kopftuch. Und von Wind vor Wind verzaust, zerzaust, stehen wir im Tivoli. Das habe ich neulich zufällig irgendwo, bin ich da drüber gestolpert. Da waren wir beide noch wirklich jung und schön. Ja, ja, ja. Toll. Aber es war ne tolle Zeit und du hast immer gekocht, das weiß ich nicht. Wir waren auch morgens mal auf dem Fischmarkt irgendwie. Also es war schon früher so, selbst in meiner jungen Ehe konnte mein Mann dann feststellen, wenn ich zu Hause stand, er kam später und ich hab gekocht wie ein Weltmeister, dann sagte er, hast du Ärger gehabt im Büro. Das war meine Art Frust abzulassen. Ja, Entspannung. Du kannst dir die Hände waschen, da vorne. Ja, das mache ich doch. Entspannung. Ach, bei der Gelegenheit begleite ich dich und würde sagen, ein kleiner Küchenwein. Ja, da gehe ich dich nur gar nicht. Nein, den soll ich nicht. Dieser hier was. Das ist der, den wir neulich getrunken haben beim kleinen Fest, das wir gemeinsam gefeiert haben. Und du hattest mir vorher gesagt, du bist gar nicht so begeistert vom deutschen Riesling. Und dann hast du den probiert und dachte, den darf ich wieder präsentieren. Gerne. Prost, schön bei dir. Der ist schön so auch, schon bevor man isst, einfach so den Bayer als Küchenwein. Also in meiner elsässischen Heimat hat man das dann guten Saufwein genannt. Ja, genau. Guck mal, was hat der? 11 Prozent. Das ist ja, das ist auch nicht zu viel. So, ich nehme mir meine mit. So, halt hier müssen noch, du hast eine Pfeffermühle hier, da müssen wir noch pfeffern. Das ist heller Pfeffer, ist das okay? Nein. Ich finde den dunklen, ist in der dunklen, ja. Ihnen auch? Ja, halt mal auf, bitte. Du hast natürlich auch für deine beiden Töchter immer kochen müssen. Ja, wobei das ja furchtbar ist. Also wenn du Kinder hast, die sind noch klein, na was ist es denn? Die Bandbreite geht von Fischstäbchen mit Spinat. Man möchte irgendwas Tolles machen und die sagen, uh, schon wieder so was. Aber inzwischen sind sie. Schon wieder Hummer, uh. Inzwischen mögen sie aber richtig essen. Ja, ja, klar, so inzwischen sind sie auch erwachsen. Jetzt nehme ich so einen Topf, den Deckel tun wir mal weg. Ja, jetzt wasch ich mir mal die Hände, weil ich dir geholfen habe. In diesem Topf einfach so eine, naja, eine Portion Öl. Öl, Oliven. Ja, und jetzt muss ich lernen, die sind richtig schön heiß. Ja, ich habe es auf großer Flamme. So. Und dort selbst werden die jetzt angebraten, diese. Das muss ein kleines bisschen. Das dauert einen Augenblick, ist aber gleich soweit. Das ist meiner und das war deiner. Ich habe genau aufgepasst, aber es ist schön, wenn man ein bisschen warten muss, ist immer... Ja, dann ist Wein wirklich gut, ja. Dann dieses ist ein Gericht, was mir insofern so einen Spaß macht, weil ich habe ja zehn Jahre da im Elsässischen gewohnt, auf dem Bauernhaus und du wusstest immer nie, wann kommen die Freunde, die mit dem Auto kommen und das kannst du in den Ofen tun und nach einer Stunde ist es gar und dann drehst du es klein, dann kannst du aber auch zwei Stunden drin sein. Toll. Das spielt überhaupt keine Rolle, es verkocht nicht und es ist lecker. Und du hast dort sicher die auch direkt gekriegt, in Elsass beim Bauern wahrscheinlich sogar. In die Stuben gewohnt, ach du glaubst doch nicht, dass elsässische Bauern nicht... Nein. Die wollen so eine Hühner. Ach. Nein, da musst du wirklich, nee, muss ein bisschen, da musst du wirklich dann schon auch in die richtigen Läden gehen. Und hast du elsässische Sachen auch richtig geholfen? Ja, das habe ich gekocht, aber ich habe zu meiner Verblüffung festgestellt, dass so auf den Dörfern, wenn du eingeladen bist zu Kindstaufen, Beerdigungen und Ähnlichem, dass nicht die allertollste Küche ist. Du kannst in guten Restaurants gut essen. Es gibt so viele gute Restaurants in Elsass, deswegen glaubt man, das ganze Elsass kocht du gut. Ja, nee, nee, das ist so nicht. Ist nicht, ne? Nee, das ist so nicht, außer Petersilie kaum, Kräuter im Garten, aber das ist eine Gewohnheitssache und ich erinnere mich mal, dass ich mal irgendwann für Nachbarn für ein Essen gekocht habe, haben wir eine Gazpacho vorneweg gekocht, kalt. Und daraufhin sagte meine Nachbarin, die eine Bäuerin war, kalte Suppe esse ich nicht. Ja, hat sie noch nie gehört. Was ist das für ein, Gorbatschow, Reagan, Reykjavik, Oktober 86. Das war dieser irrsinnige, dieses irrsinnige Giffeltreffen, wo wir innerhalb von zwei Tagen wurde das verabredet und wir flohen mit 500 im White House akkreditierten Journalisten. Du warst ja damals in Washington. Richtig. Und da fuhren wir da hin und die waren, in Reykjavik und in ganz Island waren die gar nicht vorbereitet auf diesen riesen Ansturm von Leuten, die da kamen. Das wurde so kurzfristig. Und die haben innerhalb von 24 Stunden wirklich alles zu Geld gemacht. Die haben Schürzen gemacht, Schals gestrickt mit Stars in Schweiz und Russischen. Und haben wahrscheinlich die Badezimmer vermietet als Zimmer. Alles, alles. Und es war wirklich klasse und da stammt diese Schürze noch her. Ich habe vergessen, die Uhr zu stellen, aber ich piekse einfach mal rein, dann sehe ich, ob die weich sind. Also, du siehst, ich brate es an. Ja. Möglichst heftig, damit es ein bisschen Farbe kriegt. Es ist jetzt auf groß, ja. Riecht nicht weiter, sonst geht es aus. Oh, die waren jetzt schon braun. Ja. Und in, ich sag mal, in Jerusalem, da gibt es sicher auch nicht alles zu kaufen. Nee, jetzt ja nun schon gar nicht mehr. Na, jetzt wollen wir. Als ich da war, gab es wenigstens ein paar arabische Christen, die Schlachter waren. Ah ja, auch, wo man Schweinefleisch kaufen konnte. Wo man Schweinefleisch kaufen konnte. Auch von Wurst machen haben die auch nicht so viel verstanden. Das war auch wieder so ein Ding. Ähnlich wie in Washington, dass ich, wenn ich nach Deutschland fuhr, mit einem leeren Koffer fuhr, und dann habe ich die Tricks rausgekriegt, wie du tiefgefrorenes Wild unmittelbar von dem Pflug einpackst, bist du denn da bist, dein Frachtraum ist ja kalt, ist es gerade angetaucht. Gerade angetaucht. Wieder in den Tiefkühlen und Käse, Käse ist ja, wenn man ihn mit Lab macht, eben nicht koscher und deswegen hast du in Jerusalem keinen anständigen Käse gekriegt. Ja, diese koschere Küche ist ja was sehr Eigenes. Und für uns sehr schwierig nachvollziehen, obwohl es gibt ein koscheres Restaurant in Jerusalem, da können die das wirklich, da schmeckt es toll, aber sonst für unseren etwas vielfältiger gewöhnten Daumen. Ja, ist es sehr. So, das reicht jetzt im Pass. Ja, jetzt lösche ich das ab mit einem halben Glas Hühnerfond. Hühnerfond, ja. Sehr schön. Tue, ich sehe schon dort die Pernod-Flasche. Ja, komm gleich, komm gleich. Tue so, was haben wir, wir beschließen jetzt zwei Menschen, nämlich du und ich essen das, haben wir aber viel zu tun. Ja. Dann zähle ich die Kartoffeln, ich bin eine schwäbische Hausfrau und deswegen zähle ich das ab. Ich mache immer diese kleinen Kartoffeln fünf pro Person und drei für den Topf. Ah, sehr schön. Gut, gut, gut. So, die kommen da rein und die sind gewaschen und geschert. Wunderbar. Und dann gehst du rücksichtslos mit Knoblauch um. Der ist in der Schale. In der Schale. Und da muss ich dir sagen, dass ich jetzt nun überhaupt nicht überrascht bin und auch gar keine Sorge habe für mein Rendezvous heute Abend, weil ich weiß, ich habe es selbst schon ausprobiert. Wenn du zum Huhn, zum Schmoren, äh, diese Paprika tust, äh, der Paprika, diese Knoblauch mit der Schale, ist kein Problem. Sie werden weich und wunderbar. So, jetzt kommt, meine Kinder haben immer gesagt, Herrgott, noch eins, sag uns doch mal wie viel und ich sage, ein Schwups. Ein Schwups. Und inzwischen wissen Sie auch, was ein Schwups ist, also das ist ungefähr so ein Schwups. Ganz schöner Schwups. Ich tue jetzt meine dünn geschnittenen Karotten hier dazu. Die brauchen nämlich nicht so lang, ähm, deswegen habe ich die erst später da reingetan. Jetzt kommt der Deckel drauf. Ja. Und zwar am liebsten umgedreht und wenn ich jetzt noch Eis finde. Eis? Ja, guck mal, hier. Das tust du. So. Das habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Was, was heißt? Das macht, der Deckel ist heiß, das Eis schmilzt und innen läuft das Kondenswasser, sammelt sich sehr viel stärker. Und macht es noch, noch, äh, 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 wie soll ich das sagen, also noch, noch, noch. Juiciger. Juiciger. So, und dann kommt das in den Ofen bei 200 Grad für eine Stunde. Eine Stunde. Etwa. Aber du hast jetzt eins natürlich drin. Ich habe eins schon da drin. So lange Zeit haben wir ja nicht. Das heißt, ich kann das jetzt ausmachen. Du kannst es ausmachen. Das tun wir nachher rein, wenn es heiß ist. Vorsicht. Ja, es war. Ja, hier. Weil im Ofen ist schon etwas, was wir vorhin angefangen haben, damit wir die Sendezeit nicht überziehen. Ja. Und da würde ich jetzt ganz gerne, während du deins machst, nur mal eben den Deckel runternehmen. Ja, mach das, mach das. Damit ich den Grill nochmal anmachen kann. Siehst du, das ist jetzt geschmolzen. Das Eis ist geschmolzen und ist als Wasser hier drin und läuft. Ach so. Es war irgendwie kompliziert mit diesem Topf. Aber nimm's. Nein, 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 nein. Soll ich dir helfen? Nein. Weil wenn wir uns beide die Finger verbrennen, dann wird da gar nichts draus. Dann ist es aber solidarnosch. So. Ah, die sind aber schon ganz schön angebräunt. Ja. So. Jetzt mach ich den Grill noch ein bisschen an. Jetzt muss ich mal gucken, ob... Bei einem wahnsinnig feinen Hirt habe ich sogar gelernt, wie das geht. So. Grill groß. Ist das richtig? Ist das okay für dich? Und das wär's. Ich glaube, die brauchen vielleicht noch ein ganz kleines bisschen. Jetzt sag ich dir mal, ich lass die noch ein, zwei Minuten ein bisschen kochen. Ja. Eine Sache hab ich jetzt sozusagen getrickst. Die erklär ich dir. Diese Brühe, in der das kocht, aus der ich jetzt gleich die Hühner rausnehme. Ein bisschen abkühlen lassen, schneide. Dann die Karotten, die Möhren rausnehme. Das ist ja die Basis des Salats. Diese Brühe müsste nachher nochmal 15 Minuten einkochen. Dafür hab ich die Zeit nicht. Das heißt, ich hab das ganz selbe nochmal vorher gemacht. Und hab hier das eingekocht. Und das ist quasi das Dressing. Aha. Das ist... Ja. Probier mal. Schön. Ja, lecker. Weißt du? Da ist der Ingwer drin. Da ist der Kreuzkümmel drin. Das ist... Aber das muss man dann wirklich... Da darf man auch nicht ungeduldig werden. Das muss man wirklich 15 Minuten mindestens einkochen lassen. Und wenn es dann ein bisschen zu dick wird, kann man etwas von der Brühe nochmal reintun. Und das gibt dann also... Sehr schön. Ne? So ist das. Was essen wir denn zuerst? Wie lange braucht ihr denn das? Meins ist im Prinzip fertig. Wollen wir den dann mal probieren? Ja, müssen wir hier mal ein bisschen Platz machen. Also das brauche ich. Ich mache hier auch ein bisschen Platz. Ich brauche dafür eigentlich nur Topflappen und eine Platte, sodass ich so einen Stubenküken auseinanderschneiden kann. Kann ich dir irgendwas... Was brauchst du? Irgend so was, wo ich... Ein Brett oder was? Ja. Bist du das? Ein Beispiel. Du brauchst den Ofen nicht mehr, ne? Also mache ich ihn jetzt aus. Ups. 18 Minuten. So. Das darf ich auch mal wegmachen. Das sieht ja köstlich aus. Ich esse das so gern. Oh, das sieht toll aus. Bisschen Ordnung. Ich bin ja eigentlich gar kein Aufräumer, bist du? Ich bin wahnsinnig ordentlich. Küchenordentlich? Ja? Und wie? Sofort alles sauber? Alles immer weg, ja. Kannst nicht mal kommen, wenn ich koche. Gerne. So, pass auf, ich hole das jetzt raus. Mach mal hier ein bisschen Baguette. Ne, wir haben Kartoffeln, aber du kannst... Ah, brauchen wir gar keine. Wunderbar. Das ist schön. Toll. Nun fallen sie eben wirklich schön auseinander, nicht? Ja, 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 klar. Durch die Flüssigkeit. Ja, das ist toll. Richtig schön, sagt ich. Du brauchst ja fast gar keine Schäme. Ne, kannst du so auseinandernehmen. Toll. Ich hole jetzt noch ein bisschen Wein. Hast du auch einen Teller? Wir müssen dann noch den Kartoffeln und den Knobel... Teller bringe ich jetzt. Ja. Ja, ich auch. Ja, ja, klar. Super. Hm. Und an der Küche. Hier. So, ich bring die Teller. Siehst du, das so genau so soll es sein. Das soll von den Knochen vereins. Toll. So, ich glaube, ich kann jetzt meine Hühnchen rausnehmen. Ja. Ich nass schon mal. Leg du auf. Mhm. Und ich hole schon mal hier meine Hühnchen raus. Komm her. Ich probiere mal die Möhrchen. Also, so ein Stubenküken ist ja ganz schön groß. Man kann das auch wirklich... Brauche ich mal einen Löffel? Hier. Ich finde jetzt alles da drin. Ja. Es reicht auch ein normales Hähnchen, ne? Für zwei Personen. Eigentlich ja. Also für drei Personen, ne für vier Personen mache ich drei Stubenküken. Drei, ja. So. Das sind jetzt die Kartoffeln, da sind die Knobels. Und den drückt man dann so raus. Ja. Oder man isst ihn einfach so. Das muss ich mal eben wegräumen. Heerlich, heerlich. Soll ich dir was Größeres oder geht das auch? Nein, das geht. Wunderbar. Ich bin ja ein bisschen sparsam, denn wir müssen ja auch deinen Salat... Ja, wir probieren alles. Ja. Schön, mh, das Sößchen. Man kann ja bei solchen Soßen schon weh aufs Gutes. Ja, man kann sie zum Beispiel natürlich auch noch ein bisschen mit Butter binden. Aua. Ja, Vorsicht. Heiß. Ja, mit Butter binden ist so eine Sache, ich finde es muss nicht rein. Wir essen alle zu viel Fett sowieso. Und ich muss dir sagen, ich tu mir lieber die Butter aufs Brot und spar sie dann bei der Soße ein. Es ist immer so spannend, ob das, was du selber gekocht hast, auch wirklich gut ist. Mh. 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 Heiß. Mh. Heiß, aber... Mh. Mh. Der Knoblauch. Der Knoblauch ist lecker. Den probiere ich jetzt. Den drücke ich da so schön raus. Ich habe so ein Rezept. Das hat hier in der Sendung eine Sängerin gemacht. Omar pour le pauvre. Und da sind auch solche Knoblauchte. Christa Ludwig. Ist auch eine Zauberfrau. Doch, es ist gut. Und wie gesagt, man kann es runterdrehen, stehen lassen, bis irgendjemand endlich zum Essen kommt. Heiß ist es, ich weiß. Wir hätten es ein bisschen auskühlen lassen sollen. Aber toll. Das Fleisch ist nicht heiß. Nur die Kartoffeln. Der Knoblauch ist lecker. So. Das machst du jetzt. Wenn du mir zwei mittelgroße Teller bringst. Ja. Ich schneide jetzt das unten. Ich behaupte mal, diese sind mit einer großen. Dann machen wir so ein bisschen. Das ist auch ein bisschen heiß. Ich mach das so. Wenn du die ein bisschen verteilst. Sieht aber auch sehr gut aus. So nochmal. Die haben jetzt in der Marinade gelegen im Kühlschrank über Nacht. Und sie haben jetzt so zehn, zwölf Minuten hier gekocht. Ich muss hier einmal naschen. Darf ich mal ein bisschen? Ja. Das zieht ganz schön rein. Lecker. Das ist schön. So. Ein bisschen heiß. Ich esse noch ein bisschen hier. Weil ich komme ja gleich da dran. Aber vorher. Kochen macht Spaß. Oh. Wirklich. Ich finde ja ernsthaft, dass man sich dabei entspannen kann. Ich auch. Was ausprobieren. Das ist sowieso. Guck mal jetzt ein bisschen. Frische, grüne, rohe Frühlingszwiebeln. Und dann natürlich nochmal von dem schönen Sternanis zur Dekoration. Das muss ja sein. Der sieht wirklich schön aus. Ist der nicht toll? Ja. So. Und jetzt eben dieses. Mal sehen. Ich glaube, ich muss einen Hauch. Das bleibt ein bisschen. Ich freue mich schon wieder auf. Bisschen vor. Ja. Und dann gibt es dazu ein Stück Baguette? Ja. So. Das brauchen wir auch noch gesteckt. Das brauchen wir noch mal. So. Jetzt habe ich das Baguette doch nicht ganz umsonst geschnitten. Ich gebe es dir zu Fuß. Danke. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, ich auch. Ist das aufregend? Ist das aufregend? Ja, das ist aufregend. 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 Weil die ganzen Gewürze über Nacht und Reue eingezogen sind. Das nimmt den ganzen Geschmack an. Schön. Das ist ja lecker. Das ist wahrscheinlich lecker. Wieso schmeckt es nach Honig eigentlich? Du hast aber keinen Honig. Zucker. Ach so. Zucker, der karamellisiert ein bisschen. Lecker. Ja. Macht Spaß. Vielen Dank. Ich danke. Danke.